Ich finde das wunderbar. Also erstmal so viel Angebot für Kinder und Musik und dann in diesem schönen Park. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie sind das erste Mal? Also ich bin das erste Mal, aber du bist? Ja, das vierte Mal. Das vierte Mal und das? Das fünfte Mal. Okay, du hast gewonnen. Auch einfach, dass man sich hier mit den Kindern frei bewegen kann, dass das nicht so eingrenzend ist und man kann einfach frei hin und her und man hat die Musik, man hat was zu essen. Das ist eine nette Atmosphäre. Ich finde es so schön, dass wir heute ein Konzert haben, wo die Kinder einfach sich hinsetzen können, wo sie wollen, wo man auch rumlaufen kann und wo man gemeinsam Musik erleben kann. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen klassische Musik erlebbar machen. Und dazu trägt sowas hier heute bei. Ich hoffe, liebe Kinder, ihr habt ganz viel Spaß. Alles rundherum alles gut. Für die Kinder, für die Gewachsenen was. Schöne Musik. Also richtig toll. Wir finden es super! Wir finden es super!